Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 days to die. Wir sind da gerade dabei, die Stadt immer noch mal abzugrasen. Noch ein bisschen Sprit aus Autos abzuzopfen, damit wir überhaupt nicht mehr nach Hause kommen. Und wie ich gerade feststellen musste, brauchen wir auf jeden Fall mehr Futter. Mal wieder. Das ist echt wieder so eine unglaubliche Geschichte, dass wir jedes Mal wieder da stehen und Futter brauchen. Das ist nervig. Vielleicht sollte ich da ein paar Punkte investieren. Vielleicht gibt es da ja was, dass man so, wenn man nicht so schnell wiederkommt. Ach ne, das ist mein halbes Gewinn. Untouched. Du ertouched. Hey, Flammy, what's up? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Du bist tot. Oh ja, are you hungry? Yes. Okay, hier noch Autos geschrottet. Gibt's... Ach, das ist mein halbes Gebäude. In der... Wir brauchen... Was ist das für ein Ding? Chanry... 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 Okay... Wo ist denn hier das gute Zeug? Wahrscheinlich auch da oben. Ja, 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 ja. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hoffentlich haben die was hier oben. Hast du beißt nicht, dass es wieder so eine enttäuschende Nummer ist. Einfach mal bis nach ganz oben durch. Ich... It's a long way up. Hm... Bin ich die Frage... Wir fragen... Ist das der richtige Turm? Ich hoffe doch mal. Wie lange wird dieser Turm halt... Hm... Ja, das ist der richtige Turm. Oh je. Äh... I can't reach... Oh... Please... Thank you. What? No way. Why? Oh je. Gets. Holy moly. Oh je, 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 je. Ah... Nervenaufreibend. Butter? Yes. Use. Einer mit. Mehr davon. Ah, jetzt habe ich das... Jetzt habe ich den... Doch, ich habe den Sprit dabei. Use. Use more. And even more. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Das ist ja eine Todesfalle. Eine absolute Todesfalle. Ihr wollt mich wohl umbringen. In deinem Loch gelassen. Hätte auch schief gehen können. Uh. Mit dem wir hier... Maiskolben. Ein angebissenes Sandwich. Echt jetzt? Okay. Okay. Nein. 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 Womit habe ich das verdient? Ich habe... Entfunden gelassen. Wieso? Wieso tue ich sowas? Okay. Das machen wir... Ganz einfach. Ach. Echt jetzt alles? Äh... Was? Und das? Was? So. Okay. Right. Here, sir. Anfänger fehlen den Orgel im Auto zu lassen. Aber wir können es uns nicht leisten. Wir brauchen unbedingt diese Shests open. Komm schon. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich nicht so hoch springe, wie ich springen sollte. Oho. Oho. Ich fälle sich ja bald an, als würde hier... ...irgendwas brechen. ... 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 Das ist bestimmt nicht so spannend. Okay! Nice! Oh, ein Desert Vulture! Interessant. Oh, das take all. Take it all. Du 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 du. Nice! Äh. So. Thank you. For your service. Nice. Nice. Okay. Good. Auf geht's. Fangen wir einmal um. Und fahren hier raus. Direkt. Feuer frei. Durch die Stadt. Und fahren wir hier. Hier biegt die Hauptstraße ab. Ich fahre mal. Okay. 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 Also das ist mal ein Filmplan mit der Stadt würde ich mal sagen. Weil die Bordsteinkante ist ein bisschen hoch. Kann das sein. Und damit verlassen wir die Stadt. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Ja hier. Shut up. Militär base. Pilder of nuthwork. Wieler knapp. Mmh. Ja. Gips Estamos mit Teilen. kann ich auch nicht leiden, yeah! Airtime! Wieder einer von diesen komischen Dingern, wo der Trader die Aufgaben gibt. Ok... Vorne kreuz und quer und... Yeah! Krill hinauf da! Fantastisch! Kann man da nicht ein Schild hinstellen mit Vorsicht? Äh... Ende oder so? Wo sind wir? Ok... Das Wasser? Das ist Wasser, das ist kein Weg. Sind wir hier den ganzen Weg gefahren? Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Der Hobel steckt aber auch gut fest! Piep, 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 piep! Jawoll! Give him! Give him! Power! Mehr Power! Ja! Komm schon! Nichts kann uns stoppen! Komm schon! Jawoll! Gib dem Hocke! Gib's dem Hocke! Jawoll! Yes! Ich hätte keine Zweifel daran! 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 Die... Wow! Big Airtime! No, 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 no! Ja! Shut up, wheelchair! Okay! Ich würde mich wohl alles fressen, was? Wasteland Time! Bear! Big Teddy Bear! Ich hätte nicht mehr in die Nähe! Ja! Wurzeln! Wurzeln! nein nein die ganze erde die sie hinten weg gerumpelt haben man sich hier aufgeschichtet interessant wenn die sonne aufsteigt der johnny ppans hier mit seinem truck durch die gegend und hat eine neue stadt gefunden was wird die stadt im regen das ist ein chaos sein wenn es der oder das ist ein schuld und stadt sein dann trainer das ist das 1 ho effekt direkt voraus sind wir bei jen Das ist also alles schon gewohntes Terrain, das heißt, da schließt sich der Kreis, was hier lang geht und hier oben ankommt, sowas in der Art Quick Waypoint. Wir sind jetzt hier, wenn wir zuhause dann raus fahren, könnten wir hier lang fahren. Das wäre natürlich gar nicht so verkehrt. Noch ein Shamrock hier. Wir haben schon wieder keinen Inventar. Gen? Search. Nothing. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Was würden wir nicht nur alles machen, wenn wir hier hochkrabbeln müssen, den ganzen weiten Weg. Was? Ernsthaft? Der letzte hat gefehlt. Und der sagt 10.000. Unglaublich. Ich, sprech mir die Haxen wegen dem Müll. Und dann ist da gar nichts Blöde. 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 . Das, äh... Ja, weg. Weg. Das ist gutes Zeug. Good. Oh, das sieht doch gut aus. I like that. Ich muss die begammelte Zeug dazu drinnen lassen können. Vielleicht zwei davon. Hier schenke ich dir. Potato. Okay. 4 Bullets. Gegen 4 hier vorne. Okay. All the time in this city. Ist das auch leiser? Wird ja sein können. Manchmal ist es ja, dass die Sachen dann leiser werden, indem man sich einfach nur hinweist. Aber was natürlich auch keiner sagt, warum das sein soll. Aber es ist einfach so. 4000. Reloading. Fantastisch. Und was haben wir? Mehr Bullets, mehr Bull... Wir schaffen das nicht, die ganzen Sachen hier mitzunehmen. Hm. Trap. Extended Barrel Mode. Tactical Assault Rifle. Hmmmm. Nice. Pretty nice. Juice. Los! Los! Weg damit! Tactical Assault Rifle Nein! Wer Okay, 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 okay Infunnet Das kann weg Was haben wir hier? Okay Zwei Dinger können weg Was bringt mir der? Wenn Fired from Hip Okay Nicht unbedingt zu Meins Oh yeah Holy Moly Das wäre fast schief gegangen Das wäre ja fast schief gegangen Gut Also Ich werde jetzt mal rüber fahren zu Jen Meinen Krempel verhökern Und dann Sehen wir uns wieder Wenn die Horde Night beginnt Und Ich hoffe es hat euch gefallen Ihr könnt gerne Like Button drücken Kommentar hinterlassen Abonnieren nicht vergessen versteht sich Also Bis morgen Bis zum nächsten Video Bye 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 Bye